Oh, Lagerhaus des Bildhauers. Na dann. Heureka, das war kalnapp. Das war knapp. Oh, da steht noch einer. Die muss ich mir schnell wegholen, die Kameraden. Hey. Oh. Oh. Das zerfielen zwei Teile. Schiffe sind nichts für mich. Scheiße, jetzt wer dir wischt. Jo. Das war's. Ich kann das nicht mit allen aufnehmen. So. Erledigt. Wir müssen alles nach ihr abdrucken. Ja, dann, äh, versuchte doch. So. Ja, cool, das ist ja jetzt wohl. Ne? Na, echt, das große Ding hab ich auseinandergenommen. Ohne Ende und alles taco. Und hier. Alles scheiße. Ja. Das meine ich mit. Ei. So, jetzt werde ich hier alles mitnehmen. Schnell mitnehmen. Und dann ist das, ist das, was ich meine. Da denkst du dir auch, du wärst unverwundbar. Dir kann nichts, äh, dir kann nichts passieren. Dann, oh, geht. Oh, geht. Mach weg. Und dann machst du solche Fehler. Ja. Die kosten dich dann richtig, oh. Richtig das Leben. Schön, lecker. Mach sie dir jetzt selber schwer. Ja. Absolut. Gut. Ähm. Jetzt. Nein, nein. Hier waren doch vorhin noch mehr Fragezeichen. Ja, sehr. Was ist das? Geh doch unter. Das ist wieder. Konkurrierende Verehrer. Mhm. Wir gehen jetzt erst mal da hin. Genau. Äh. Dann haben wir nämlich einen Reisepunkt. Die Chaos-Wahrnehmung wird verbessert. Mhm. Waren wir hier sonst noch irgendwas? Aha. Auch gut. Das ist auch gut. Also, werde ich mal alles, was geht hier von dieser Insel, alles, was sie schwächt, werde ich mitnehmen. Hm. Die brauchen wir ja nicht dumm. Nein, da gehen wir jetzt nicht hin. Ich muss da hoch. Zack, zack. Nur eben da rein. Tempel der Athene. Das ist auch alles Roger hier. Versunkene Beinschienen. Lecker. So, da ist Athene persönlich. Ja. Ja, komm. Zack. Geht ratz, ratz. Wie Brezelwagen geht es hier jetzt. Zack, 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 zack. Genau. Hm. Alles super. So, jetzt gucken wir uns weiter um, wie es weiter geht. Ähm. Komm, konkurrierende Verehrer. dahinter. Ne, da springe ich jetzt nicht runter. Ah, ah. Ja. Ja, bei 90. Und, ja, können wir den eben hinnehmen? Das wäre natürlich nicht schlecht. Mal eben so auf nett. Ja, können wir. Auf jeden Fall gibt es hier fauliges Fleisch. Wer hat fauliges Fleisch in so einer... So, was liegt an? Oh, mein Kreuz bricht ab. Brauchst du etwas? Söldling, du bist doch mit Anthusa bekannt. Was meinst du, was sie davon halten würde, wenn sich jemand aktiv in ihr Privatleben einmischt? Wer würde so etwas überhaupt wagen? Oh, es gibt da einen Politiker, der nicht will, dass ich mich mit Anthusa treffe. Er fühlt sich von mir bedroht. Warum solltest du eine Bedrohung sein? Nun, ich bin keine Kundin. Ich muss für unsere Treffen nichts zahlen. Ich schreibe bezaubernde Gedichte über sie. Sie ist die perfekte Muse. Hm. Kein Wunder, dass der Politiker neidisch ist. Das Schwein versucht mich aus der Stadt zu jagen. Er hat sogar gedroht, ein Kopfgeld auszusetzen. Ich soll mich um ihn kümmern. Ganz genau. Ist gut? Ich mach es. Du bist heldenhaft. Ja. So. Zack, wie viel ist das? 200 und ein paar Zerkötchen sind wir fast da. Ja. Ist ja gar nicht so weit. Ein Politiker ausschalten. Ja. Machen wir doch gerne. Auf jeden Fall. Muss ich nur aufpassen. Er ist bestimmt wieder am Hafen und für alle sichtbar. Klar. Logisch. Sag ich doch. Machen wir das so. Oh. Ich habe nach dir gesucht. Aus keinem guten Grund. Nein, bitte. Irgendwie musst du dich doch davon abbringen lassen. Muss ich den haben? Vielleicht kannst du auf andere Art verschwinden. An Bord meines Schiffes. Wie soll ich sicher sein, dass du mich nicht den Haien vorwürfst? Ich hasse Haie. Weißt du was? Wo ist der? Wo ist der? So. Rottel. Ja, also so blöd ist... Also jetzt mal ganz ehrlich, hä? Ein Vollfrosten, ey. Ja gut. Trauen kann man ja. Gebe ich ihm ja recht. Ja gut. Warum sollte er mir trauen, ne? A priori vorab. Aber, wie gesagt. Besser diese Chance, als gar keine Chance. Mach doch mal. Also Vollfrosten, ey. Aber Politiker. Wenn die nicht die Kontrolle haben, hat keiner die Kontrolle. So. Erledigt. Ja. Das sind Schnäppchen gewesen. Auf jeden Fall. Hast du ihn wirklich erledigt? Der wird niemandem mehr Probleme bereiten. Dich zu treffen war ein Geschenk der Götter. Vielen Dank. Hier. Für deine Mühen. Ich helfe doch gern. Ja, danke. Ich sagte auch Schnäppchenpreis. 4,9. Das ist ein bisschen wenig. Aber gut. Ich nehme, was ich kriege. So. Teramenes Militärlager. Ja, das ist richtig. Da gebe ich dir recht. Eins. Da ist der zweite. Und das müsste jetzt gewesen sein, ne? Oh, hier sind aber ziemlich viele Pippels. Für so ein kleines Lager ist das viel. Ja. Ja. Da ist da oben einer. Da kommt bestimmt gleich einer. So wisch. Keiner kommt hier hoch? Das ist aber blöd. Da muss ich mich tatsächlich in den Runden begeben. Da oben einer, ja. Bleib bloß da oben. Nein, nein. Du gibst kein Alarm. Du machst gar nichts. Oh. Nein, hast du nicht. Geh weiter. Nee, nee. Gibt kein Grund. So, jetzt zeige ich mir mal. Kein Grund zur Beunruhung. Das sollte ich mir mal ansehen. Auf jeden Fall. Du bist ja sowas von tüchtig. Nix ist. Läuft nicht. So, den holen wir uns noch weg. Und dann... Jop. Gut. Nein, ganz hoch. Gibt kein Grund mehr zu schleichen. Das macht dann nicht, macht sie nicht das, was sie soll. Und wenn sie es dann macht, dann ist es auch verkehrt. So, ich suche jetzt nicht hier alles akribisch ab. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Kein Fehler. Nein. So. So, next one, bitte. Gucken wir mal, wo der nächste ist. Das ist der Pater. Da. Das scheint wieder, ich glaube, ein etwas Größeres zu sein, oder? Oder war... Ach, nö. Warten, daten. Dass sie hier aber keine ähnlichen Sachen haben. Mykenisch-Alpha-Tier. Aha. Äh? Habe ich da was vergessen? Oh, na. So, der dürfte nicht normalerweise... Ja, riechen dürfte der nicht. Ding. So, in the after hinein. So, hier ist nichts, ne? Oh. Nichts, nichts. Was ist der? Immer mit der Ruhe. Ich sag ja, dat war so. Ja, hier hinten ist noch was. Ach so. Ja, gut. Ähm. Jetzt müssen wir gleich hier wahrscheinlich auf die andere Insel. Auf die kleinere. Ja. So, da seh' ich irgendwas mit Tieren wieder. Ja. Irgendwann mit Tieren. Sieht aus wie die Wildschweine. Ja. Ich werd' nicht direkt da hingehen. Nee. Nu komm hoch. Was ist das hier? Ja. 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 Und auf Wiedersehen. So, haben wir schnell erledigt. Und das war das... Ah, was ist denn hier? Oh, Alkaïos Grab. Schön nehmen wir uns natürlich vor. Und den Angriff... Ich wollte gerade sagen. Oh, da ist eine Wildzaun. Oh, das kann ja wohl nie wahr sein, ja. Zack, die Bohne, bumms, die Erbse. Was haben wir denn hier? Wann das?